Und willkommen zurück bei Let's Play No More Room in Hell. Mit mir. Hallo. Und dem Mandrake. Ja, dem ohrengegeißelten. Dem ohrengegeißelten Drohnenmandrake. Ja. Ja, wir sind hier Map Junction, heißt sie glaube ich. Und wir sind hier in den Tiefen der Abwasserkanäle unterwegs. Natürlich erstmal falsch gelaufen, aber... Wir haben unglaublich viel Munition gefunden. Das war ganz cool, ja. Aber diese 9mm Munition, ich hatte eben ja auch fast 50 Schuss. Ich hatte die innerhalb von 5 Minuten verballert. Das war echt... Ja, die macht echt nicht viel Schaden. Aber ich glaube auch, dass die Amis mehr aushalten mit den Helmen auf dem Kopf. Die halten ja sogar mit der 357 naewich viel aus. Da muss die... Ich blute. Warte, ich... habe eine Bandage. Warte mal, ich werfe sie hier kurz hier hin. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich bin schon weitergegangen, aber du musst... Da bist du. Hier liegt sie. Ich kann jetzt nämlich... Ich kann den nicht mal schnell laufen jetzt. Komm her, hier. Ich kann den nicht mitnehmen. Geh. Ich habe hier dieses Spiel, manche, weil das so komisch programmiert. Aber wir haben sie alle in die... Hast du keinen Platz mehr, oder? Ich war... Also, ich habe... Zwei Waffen dabei, das ist auch nichts. Dann werfst du... Kommt hier kurz hier in die Ecke. Werfst du hin? Oder... Das dauert ja alles für lange. Los, bewegt dich. Ich hoffe nur, wir sind hier überhaupt richtig. Ich hoffe auch. Also hier. Ein Kind, ein Kind, ein Kind. Nee, ein schneller. Zwei Schnelle. Einen habe ich. Wo lang? Hier lang. Schnelle. Ein schneller Ami. Ah, nein! Ah, danke. Und Kind! Erwischt. Noch. Warte mal. Ja, da lang. Knall den ab. Geh weiter. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir sind... Wir laufen im Kreis, habe ich das Gefühl. Blutest du immer noch? Ja. Ich werf dir jetzt nochmal... Ja, hol. Wir gehen nicht im Kreis. Witzig, wie die hier spawnen, ne? Ja. Im Wasser so... Platsch, platsch. Und da kommt ein Kind unten schneller. Wie die Fische. Den schnellen habe ich das Kind. Jawohl. Ich habe jetzt keine Monitoren mehr. Okay. Ich werf dir trotzdem mal hier die Bandage hin. Genau jetzt. Kann ich nicht mitnehmen. Wirklich verrückt. Das ist ein Typ, die nicht mag. Komm mal kurz her. Ich... Kann es aber auch... Warte mal. Ich kann sie auch nicht auswählen. Schweizer Munitionen. Schweizer Munitionen. Warte. Ja, ja. Sehr gut. Noch je. Du bist eine Leiter. Ja, hier muss man hoch. Ich kann nicht hoch. Warte mal. Duck jump. Nein. Doch. Geduckt. Komm hoch. Ja. So, willst du dich... Aber ich bin mir nicht sicher, ob die da hochkommen. Wenn nicht, erschieß dich kurz hier. Oder versuchen... Kannst du mir die Bandage nicht geben? Ja, dicht zu. Versuch jetzt nochmal. Kann die nicht benutzen. Geht nicht. Sieht... Wirklich lustig aus. Echt. Weiter, weiter, weiter. Dann mache ich hier den Schluss. Okay. Dann... Das sieht noch dörer aus. Das ist auf, dass ich... Ach du. Warte auf den Startpunkt. Ja, yippie. Natürlich. Ähm, warte mal. Ich geh mal hier hin. Ach, das Spiel. Du verarschst mich doch, ey. Ähm, muss ich jetzt ernsthaft da runter zu den anderen? Zu den anderen. Ja, und dann habe ich überhaupt keine Waffen mehr. Ja, aber es gibt ja eine Leiter. Da kann man ja... Ja, stimmt. Du hast eine Bandage gehabt, ne? Ist dir klar. Ernst? Deshalb konntest du auch keine nehmen, du Depp. Nein. Nein! Oh Gott, nein. Okay, ich sag gar nichts mehr. Das ist so dumm. Oh, ist das dumm. Also zu mir sagen... Dumm. Ich sag gar nichts mehr. Ich bin da, ich bin da. Ja, gut. Ach Gott, bin ich ein Depp? Dann... Geh die Leiter hoch und hol dir dein Zeug jetzt. Ich mach das hier. Jetzt geh! Ach, toll. Hier ist ein Schlüssel für... Würdest du nicht zehnmal daneben schlagen? Schlüssel für irgendwas. Jetzt bin ich infiziert wegen dir. Oder? Nee. Hast du aber nur Glück gehabt. Wo bist du? Äh, hier den Gang lang. Okay. Jetzt einen kleinen Moment, ich muss mich kurz verarzten. Ja, mach das. Und ich hab Pillen gefunden. Super. Was ist mit dem heiligen Schlüssel hier? Die müssen wir mitnehmen. Ja, super. Storage, versuch mal. Kann man da... Nee, hier oben leuchtet ein roten Römer. Nee, schade. Da hat er das Ding echt da im Inventar. Play 3 Explosives to the tunnels to the georcecables. Na klar. Na klar. Okay, ich denke, das wird das Final sein. Ja, da sieht man es. Ja, ich denke es auch. Boah, diese fucking schnellen. Warte mal, lass uns die erstmal... Ach Gott. Ja, ich... Sag's doch, warte. Vorsicht, warte. Erst die schnellen. Ich blute, ich blute. Ich muss mich erstmal verarzen. Geh mal zurück. Ich mach das. Okay. Alles gut. Ich lock's so schön weg hier vom Eingang. Wundervoll. Du bist mein Held. Ich versuche es zumindest. Ah, gut. Komm. Hier lang. Ah, der Ami. Komm, komm, komm. Ja, ja. Bin da. So. Also, X Nummer 1. So, wenn die so ganz langsam hier so lang stiefeln, geht das ja eigentlich. Und hier muss doch eine Schrotflinte sein, aber nein. Da ist ein Polizeiwagen, da muss eine Schrotflinte sein. Klar, in den... Das ist... Bei amerikanischen... ...Polizeiautos sind immer Schrotflinten. Ach, da sind die drei Explosives. Das ist... Ich war über... ...about to take off. Vielleicht hätten wir erst die weiter weg machen sollen. Kann die nicht loswerden. Ich gehe mal zum Ersten. Ach, du Scheiße. Das mit den Explosives geht irgendwie nicht. Es geht nicht. Äh. Doch, doch. Du musst daneben an diesen Balken. Und eh. An den Balken. Ah, alles klar. Gut. Scheiße, ich bin... Ich bin infiziert. Dann gebt ihr hinten die Kugel, wo die... Äh, wo die Dinge... Nein, nein, nein. Ich habe... Ich habe noch Pillen. Also gut. Okay, jetzt nur noch der in der Mitte, ne? Ja. Und dann werden wir sterben. Ach, ne. Äh. Ach, was. What's los? Äh. Warte, ich will mir kurz die Pillen reinschmeißen. Es ist... Vielleicht ist es das Ende, aber ich will auch nur mal sicher gehen. Es ist höchstwahrscheinlich das Ende. Ja, aber trotzdem, wer weiß. Huch. Hä? Ach, die Dinger explodieren jetzt. Nett. Und er fährt weg. Raus. Nein. Au! Äh. Äh, was? Was? Was war das? Ich möchte gerade irgendwas töten. Was war denn das? Wir hätten da drüber klettern müssen. Und auf den Wagen springen müssen. Ja. Naja, scheißegal, wir tun so, als hätten wir diese Map jetzt super gewonnen. Weil nochmal... Ja, ja, ja. Das war das Ende, das war 100 pro das Ende, das wissen wir auch. Ne, wir hätten... Doch, wir... Also ich habe eben kurz vorher noch gemerkt, dass man da hätte hochklettern können. Aber es ist deine Schuld mit den Pillen. Wahrscheinlich. Weil du die Pillen nehmen musstest! Hol dir deine Strafe ab! Äh. 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 Da piep's in meinen Ohren lustig. Bim, 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 bim. So. Äh. Hahahaha. Toll, Licht am Handy. Leere Waffeln. Also auch witzig, wie er sich die leere Waffe dann an den Kopf fällt, ne, und versucht abzudrücken. Ja, sehr schön. So. Warte mal, ich mach mal nen Call Vote. Äh. Change Level oder Next Level? Was war es? Ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, es war Next Level. So, Fema hatten wir. Toxtief. Toxtief hatten wir, glaube ich, noch nicht. Toxtief. Toxtief. Dein Englisch ist wieder wunderbar. Ja, es ist tief mit ohne E. Also mit einem E. Was ist denn das für ein komisches Wort? Na, siehste. So, jetzt müssen wir nämlich warten, weil ich wieder das Falsche gemacht habe. Oh, Mann. Also, Merkel. Nimmst du noch auf? Ja, ja, klar. Ja, wählt ihn euch an. Wir, was war ich? Wo wir wieder beim Punkt der Ehrlichkeit wären. Andere Leute würden das rausschneiden. Ja, wahrscheinlich. Tja, aber hier könnte das alles ungeschnitten und live sehen. Wie wir verkacken. Und so tun, als hätten wir gewonnen. Ja. Yeah, voll cool. Virtuelles High Five fürs Versagen. Peng. Genau, peng. So, machen wir hier das Ding mal auf. Hallo. Geht das bald hier? 55 Sekunden. Hallo. Was war das? War das ein Kind? War es du das? Nein. Irgendeiner hat gerade ein Donald Duck-Geräusch gemacht oder so. Nein, das war ich nicht. Dann war es ein Kind. Und was wir eigentlich auch irgendwann nochmal probieren müssen, ist dieses, ähm... Dieser Survival-Mode. Obwohl der wahrscheinlich nicht ganz... Der war kacke. ...nicht ganz so interessant ist wie... Nein, der war auch kacke. Wie objective. Wie, so, warte mal. Kann ich jetzt? Ja. So, Change-Level. Toxt-Tepf. Ja. Jippie. So, ich hoffe, man kann... Ja, schön. ...man kann nirgendwo das Passwort homo-first-89 sehen. Es war doch aber Anal-Barone-99. Ups. Nein. Die 10 Millionen Leute werden den Surfer stürmen. Ja. Wir werden nie wieder spielen können. Deine 10 Millionen Fans. Hashtag, äh, eingesperrt. Bescheuert. So, ich hab ne AK gefunden. Cool. Das sieht jetzt irgendwie bekannt aus. Ähm... Doch, das... Wir hatten das schon mal in Survival-Mode. Waren wir hier schon mal drin, oder? Oder? Nein. Ich hab' ne AK mit 14 Schuss, wer braucht das schon? Ja, dann benutzt du halt keine 14 Schuss. Oh Gott. Aber es sieht bekannt aus, ne? Äh... Ja, das hat ein bisschen was von Kleopas. Ja. Wir sind auch wieder in unterschiedlichen Gebäuden, glaub ich. Und ich bin total gefickt, weil ich so wenig gute Sachen habe. Ja, ich bin wahrscheinlich wieder in dem Gebäude gestartet, wo halt eben die AK ist. Ja. Und ein Keller. Warte mal. Oh, ein Keller mit... Oh, mach endliche Scheiß. Feuerzeug an! Feuerzeug, was überhaupt gar nichts bringt. Sieht aus wie so ein alter, abgefuckter Black-Metal-Keller hier. Ja, schön. Nur, dass hier oben HELP steht, anstatt LWT. So, da, Schweißgerät, blablabla, brauchen wir nix. Mit Gaufen nix, haben wir schon. Ähm, ja. Äh... Wie komm ich jetzt am dümmsten da zu dir? Ich komm nicht mehr aus dem Gebäude raus, weil die Zombies die Türen blockieren. Ach nee, jetzt sind sie reingekommen, hervorragend. So, ich seh dein Gebäude, glaub ich. Äh... Ja. Warte, ich hol dich raus. Falls du denn da drin bist, was ich hoffe. Komm raus! Ein Friedhof, natürlich, wunderbar. Ich blute. Ich bin draußen! Hä? Ich bin beim Friedhof. Friedhof? Friedhof. Ach, da bist du. Ja, 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 ja. Ich hab dich. Hier bin ich. Hallo. Grüß dich. Ich verblute. Hier ist es, äh, hier, Dings. Eine Bandage. Ich kann sie nicht mitnehmen. Warte. Ah! Weil ich eine Bandage habe. Ja, ja, ich lerne langsam draus. Der Typ sieht aus. Kannst du ihn sehen hier? Den Zombie? Wen? Links. Welchen? Ja. Der so aussieht, als ob er in den Eimer kotzt. Ne, den sehe ich nicht. Ach, schade. Ja, sehr schade. Ich hab den Wilder. Und meine Waffe ist leer. Okay, dann, ähm, wo, warte mal. Ah, stimmt, wir brauchten ja einen Wilder. Warum hab ich den eigentlich... Ähm, Use Wilder on Manhole Cover. Okay, hier. Komm schon. Geh, ich komme. Da. Da ist das... Ich helfe erstmal mal hier. Hier, mach doch einfach das Manhole. Ich lock's weg. Okay. Ui! Werde erschossen. Äh, angegriffen. Ja, mach, mach. Geht nicht. Mach jetzt. Das dauert ewig. Behalt ihr alle im Auge. Geh erstmal weg. Geh weg, geh weg. Oh, das war Teamwork. Oder, warte. Lass uns erstmal... Ich hab nämlich nur noch vier Schuss. Wollen wir kurz auf den Friedhof gucken? Ich bin dafür, dass wir jetzt hier einfach runtergehen. Nee, lass uns da erst noch ein bisschen umgucken. Es sind doch hier nicht viele. Die kann man doch umgehen. Obwohl auf dem Friedhof natürlich eine dumme Idee ist, zu gucken, weil da wahrscheinlich eh nichts liegt. Ah, Gott, nein. Ah, sehr gut. Ja, lass uns doch mal gucken. Und ich laufe direkt hier in den nächsten Zombie rein. Ich hab aus... Ich hab aus Versehen F gedrückt. F für Ficken? F für Feuerzeug. Super, leider. Das war unvermeidlich. Kannst ja wieder rausdiefen, wenn du es unbedingt rausdiefen musst. Womit ich deine Scheiß-Zensur ja schön beschissen finde. Sag ich auch nur bei dir. Ja, toll. Genau. Du, zensier Franz. Sag mal, warum rennen wir auf dem Friedhof in der Zombie-Apokale? Wir müssen ja nicht befeuert. Was machen wir hier? Da kommen zwei. Hinter dir ist es schneller. Vor mir auch. Ich hab die Angranate. Ich bin tot. Ja, du bist auch so ein Idiot. Sagt der, der... Lass uns auf den Friedhof gehen. Der Friedhof ist das allerbeste für uns. Der ist für mich auch tot. Super gemacht. Ganz toll. Ich sage gleich, lass uns runtergehen. Nein. Auf dem Friedhof. Da liegen die supergeilen Items rum. Hier das ganze magische Zeug. Das ganze epische Zeug. Epic Loot. Diese ganzen, ja, diese ganzen Super-Items von irgendwelchen Super-Heinis. Richtig. Die sind alle auf dem Friedhof, weil die ganzen Helden auf dem Friedhof liegen und das in der Zombie-Apokale jetzt auch überhaupt keine Zombies auf Friedhöfen gibt. Was für ein, welch leben wir denn eigentlich? Nein, das ist alles ein Obdung hier. Das kann überhaupt nicht passieren. Richtig. Wir müssen den Scheiß weg hier nochmal laufen. Wir müssen eben nicht den Schlemmen, die so auch hinter mir herben. Ich seh's schon, Alter. Ich hau dir die Fresse ein. Meine Güte. Stirb, Obama, stirb. So, ich schweiß dir diese Scheißschaufel weg und hol mir mein verficktes Zeug wieder und dann gehen wir in die Scheißkanalation. Hast du das verstanden? Nee, ich wollte eigentlich da drüben in der Kirche nochmal gucken. Willst du mich gerade verarschen? Guck doch, die Kirchentür da hinten ist offen. Zeug, Zeug. Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Vorschlaghammer? Meine Vorschlaghammer ist weg. Nein, da ist er doch. Sehr gut. Das hätte ich jetzt hier rumgebracht. Lass uns bitte gehen. Guck doch mal, wir sind doch gleich da. Wenn in der Kirche jetzt nicht irgendwas mega geiles liegt, wie Jesus heiliges Wasser, mit dem wir die einfach alle umlegen können. Wahrscheinlich liegt da seine heilige Lanze. Mit der er aufgespießt worden ist und damit können wir alle Zombies töten. Wow. Und ich fange sogar auf. Ein Benzinkanister. Und dann sonst nichts. Geil, guck mal. Ja, gar nichts. Guck mal, kann man reingucken. Schön sieht's aus, ne? Ja, toll. Super gemacht. Klasse. Bin beeindruckt. Wahnsinn. Gehen wir nochmal außenrum. So, hier hinten kann man auch was aufsprengen. Okay. Jetzt wird's aber komisch. Na, nimm mal den Benzinkanister. Ne, da ist noch dieses Ding da. Warte mal. Das, äh, hast du ne Pistole? Ja. Hast du noch einen Schuss? Ja. Dann schieß mal da drauf. Dann setz ich mir nochmal einen Schuss. Aber es wird wahrscheinlich nicht gehen, weil's, ähm, wahrscheinlich für entweder eine andere Objective-Reihe ist oder weil wir da noch hin müssen. Ah ja, das kann sein. Also, ich gehe davon aus, dass wir da noch hin müssen. Oder ist es eine andere Objective-Reihe, weil wir müssen das Manhole, das ist ganz, ganz weit weg. Und da möchte ich jetzt auch hin. Dann gehen wir aber links rum. Ach, guck mal, die spawnen auf dem Friedhof. Wer hätte es gedacht? Ja. Überraschung. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ah, ist das nicht gemütlich? Hä? Guck mal da so. Ja, voll. Meine Fresse, ey. In jede Richtung, in die man blickt, spawnen neue Zombies. Das ist echt. Ja. Fantastikulös. Ja. So, hat sich doch gelohnt. Ja, sehr. Du mit deinen Ideen. So, jetzt haben wir hier noch schönes Nix. Wollen wir nicht da hinten? Was wollen wir da hinten? Hier in der Gasse nochmal gucken? Ja, meinetwegen. Hier liegt noch Medi-Pack. Ich hab eins. Kann ich nicht rein? Da komm ich hier. Aha, aha, aha. Hier kann man wahrscheinlich nicht rein. Na gut, komm, lassen Sie uns ins Manhole gehen, ne? Gut. Endlich. Ich hab zwar nur so ne blöde Kack-Axt hier, aber naja. Ich hab's gesehen. Noch, noch ein schneller. Warte. Ich hab nur... Meine Güte, was ist denn hier los? Kann man da hoch? Ach, Machete. Eine Pistole. Du hast ja immer Glück. Pillen. Ähm. Hast du neun Millimeter? Äh, Moment. Oder brauchst du die? Ja, ich brauche die. Na gut, dann behalte sie. Dann behalte er sie. Ui. Ah, du Blöde. Sieht übrigens cool aus hier mit dem Scheinwerfer und dem Wasser. Das stimmt, ja. Vorher war das nicht so schick, aber hier irgendwie haben sie das nett gemacht. Vorsicht, da kommt ein Steller, da kommt ein Steller, ja. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Ah, noch ein Steller. Oh Mann, die laufen immer so... Verdammt, Scheiße. Äh, find crank to open door. Äh, aha. Ähm. Oh Mann. Ich hab das crank. Echt? Ja. Und die Door ist hier lang. Die Door. Sehr gut. Die Door. Da hinten kommt schon wieder so ein blöder, schneller Humble, Mann. Geh hoch. Ja. Vorsicht. Oh Mann. Oh. Jetzt schickt sie. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ja, ich... Nein. Das ist doch wohl nicht wahr. Bist du da? Ja. Gut. Ähm, weil ich muss mich kurz heilen, ansonsten. Pass mal auf. Da hinten kommt ein... ein Kind. Wo? Rechts da, ja. In die Richtung. Warte, ich bin gleich so weit. So, jetzt bin ich so weit. Okay. Okay. Wo ist die Tür? Hier hinten. So, komm, sprinten. Ich kann mit dem... Achso, Entschuldigung. Wo muss ich hin damit? Hier, hier. Also hier ist... Hier ist eine Tür, die... Hä? Geht auf. Und hier ist nichts. Toll. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, da hinten. Da, wo die fielen. Ne, hier, hier. Jawohl, mach, mach. Alles gut. Alles okay. Weiter, 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 weiter. Alles gut. Alles okay. Okay, warte, ich bin durch. Komm, jetzt, komm! Ich bin... Oh, schön, die geht wieder runter. Ich bin infiziert, verflucht. Ach, jetzt müssen wir zur Kirche. Wir sind jetzt wahrscheinlich in der Kirche. Ja. Toll. Ja. Ähm, willst du die Schrotflinte nehmen? Ähm... Warte mal, dann gebe ich mir mal kurz hier die Kugel gleich. Wenn nicht, nehme ich sie. Ich habe noch Platz. Dann nehme du sie, ja. Ich habe das TNT hier. Aha. So ein Werfde... Äh, so ein Wurfding? Nein, nein, das ist wieder so ein Platzierding. Dann warte, ich erschieße mich mal kurz. Das wollen wir doch jetzt an dem Store anbringen, hat er doch gerade gesagt. Ja, aber ich bin injiziert. Hä? Wo fliegt denn das TNT... Ah, warte, komm, mach die Tür auf, ich mach das. Ich habe Pillen dabei, dann... Dann los. Ähm... Äh, warte mal, nee, da hinten. Hier, durch die Mauer durch. Aber bevor wir das machen, wir sind nämlich schon wieder bei 27 Minuten, machen wir eine kurze Folgenpause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.